Polsterschlacht in der Wiener Hofburg. Ich stürze mich natürlich ins Getungel. Was denkt ihr, wie viele werde ich mit meinem Polster vermöbeln? Ich bin der Wiener Hofburg. So ein letzter Angriff hier! George, warum machst du da heute Miet? Weil es lustig ist, weil davon gehört, dass es lustig ist. Ja, es ist immer wieder ein Gaudes, jedes Jahr aufs Neuche. Ich habe die Veranstaltung auf Facebook gesehen und habe mir gedacht, das klingt spaßig, das macht man nicht jeden Tag. Ich habe das ganz zufällig erfahren vor einer Stunde und bin einfach hergekommen. Ich habe das ganz gut gemacht. Ahhhh! 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 Oh ja, alles so richtig! Rohr! Rohr! Es ist echt ein super Workout, es ist echt anstrengend und es macht echt Spaß einfach alle Leute zu versohlen. Extrem lustig muss ich sagen und ich dachte am Anfang es kommen gar nicht so viele Leute, aber irgendwie sind dann immer mehr dazugekommen und es war echt ein tolles Erlebnis muss ich sagen. Würdest du im nächsten Jahr wieder hingehen? Auf jeden Fall, und dann komme ich mit einem großen Seitenschläferkissen. Also ihr Lieben, ich muss ehrlich sagen, es fordert mich viel mehr als gedacht. Ich werde jetzt langsam versuchen nach Hause zu ziehen, wenn ich hier noch rauskomme. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.